Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video geht es darum, den Federdämpfer bei einer Partner-Motorsäge zu wechseln. Ich benutze die Partner-Motorsäge, weil sie kompatibel mit vielen Nachbauten ist. Das heißt, diese Motorsäge wurde von vielen Baumarkt-Motorsägen kopiert und ist damit einer der meistverkauften in Deutschland im Hobby-Segment. Diese Anleitung hier passt auf die Partner 350, 351, 370 oder die 420. Wir wechseln heute hier unten diese Feder. Um die Feder hier unten natürlich jetzt zu wechseln, benötigt ihr erstmal Ersatz. Das wäre in diesem Fall dieses System hier. Diese Feder findet ihr im Internet einfach unter Federdämpfer für Motorsägen. Ich kann euch mal, wenn ich den Link zu diesen Federn noch finde, den mal gerne in die Videobeschreibung mit einbinden. So, ein wichtiger Punkt. Der Preis hier von diesem System liegt zwischen 10 bis 39 Euro. Ich weiß, das ist sehr teuer. Das kann aber von Motorsägenmodell zu Motorsägenmodell stark variieren. Ich empfehle euch immer Sets zu kaufen, sodass ihr alle Federn gleich mitkauft. So spart ihr mitunter nochmal etwas Geld und habt eine Reserve, falls euch andere Systeme nochmal kaputt gehen. Ihr benötigt, um die Feder zu wechseln, einen Vierer-Imbusschlüssel und hier einen T20er Dorx. Der Vierer-Imbusschlüssel wird hier vorne benötigt, der T20er Dorx hier hinten. Ihr nehmt euren Vierer-Imbusschlüssel und schraubt hier hinten die Schraube heraus. Habt ihr nun hier die Schraube entnommen, nehmt ihr euren T20 Dorx und schraubt hier hinten die Schraube heraus. Nachdem wir nun beide Schrauben entnommen haben, können wir einfach die Feder hier herausziehen. Einfach den Griff nach hinten biegen und die Feder einfach entnehmen. Und schon haben wir unsere Feder ausgebaut. Jetzt können wir unsere neue Feder verwenden. Bitte haltet sie in etwa genauso, wie ihr die alte ausgebaut habt. Biegt den Griff wieder etwas nach hinten und legt diese Feder einfach erst wieder hier hinten in eurem Griffstück ein. und schiebt sie dann hier in die Maschine ein. Im eingelegten Zustand sieht das so aus. Die Feder greift hier über das Loch und hier drinnen auch über das Loch. Jetzt empfehle ich euch wieder zuerst hier an der Maschine oder am Maschinengehäuse die Schraube einzuschrauben. Da ihr jetzt noch den Griff etwas wegdrücken könnt, ihr braucht nämlich hier Platz für euren Schraubendreher. Nehmt hier wieder bitte die Dorx-Schraube. Wichtig, denkt daran, ihr schraubt hier in Kunststoff, zieht das also alles nicht zu fest an. Nachdem ihr die Dorx-Schraube angezogen habt, nehmt ihr wieder eure Imbusschraube, steckt sie auf euren Imbusschlüssel auf. Sie hält in der Regel und schiebt sie vorsichtig ein. Jetzt müsst ihr schauen, dass ihr die Feder vernünftig mit erwischt. Dazu bewegt ihr etwas den Griff, wackelt so lang, bis die Schraube in das Loch hineinfällt. Und jetzt könnt ihr diese auch anziehen. Auch hier wieder bitte beachtet, ihr schraubt in Kunststoff hinein. Nachdem ihr diese Schraube wieder handfest angezogen habt, könnt ihr probieren, dass hier auch alles ordentlich sitzt und die Feder auch wirklich erwischt wurde. Ist das der Fall, habt ihr eure Feder somit eingebaut. So, das war damit der Wechsel des hinteren Federdämpfers bei einer Partner-Motorsäge oder einer kompatiblen Motorsäge. Wie gesagt, habt ihr eine andere Motorsäge. Hier ist es meistens ähnlich aufgebaut. Wie gesagt, es ist sehr einfach, diese Federn bei dem Motorsägen zu wechseln. Hier muss man keinen Fachhändler aufsuchen. Das ist meiner Meinung nach Geldverschwendung. Wo habt ihr andere Federn, die bei eurer Motorsäge abgebrochen sind, so habe ich euch einfach mal die Videos zu den anderen Federn hier unten in den Anmerkungen nochmal verlinkt. Funktionieren die Anmerkungen eventuell nicht, könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dort habe ich sie euch auch nochmal verlinkt. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch in einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so könnt ihr natürlich gerne auf meinen Kanälen vorbeischauen. Oder einfach hier diesen Kanal abonnieren, denn abonnieren auf YouTube ist bei mir natürlich kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.